moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal learning by watching und ja wie ihr heute schon im titel seht geht es heute mal um eine neue reihe die ich mache ich habe das ganze schon mal für anfänger gemacht und heute startet die reihe für fortgeschrittene das bedeutet falls du schon nach dem zweiten lernen ja bist also so zwischen drittes viertes dann kann diese reihe auf jeden fall sehr interessant für dich sein das ist vor allen dingen in der reihe wo du eine übersicht darüber bekommst was du wissen musst und dazu dann noch verlinkt dazu videos zum beispiel zu übungen zu den ganzen themen also falls dich dafür interessiert bleibt doch gerne einfach bis zum ende dran und dann würde ich sagen fangen wir direkt an mit dem ersten teil heute was gucken wir uns im ersten teil an ich dachte mir heute gucken wir uns vor allen dingen mal die adjektive an das ist also eine übersicht zu den adjektiven alles was du so bis zum abitur ungefähr brauchst beziehungsweise bis zu deinem latinum wir gucken uns heute einmal die sogenannten mehrendigen adjektive an und dann noch die normalen adjektive also die usa um adjektiven dazu gibt es eine kurze übersicht und an dieser übersicht kannst du dann eigentlich auch kontrollieren was du schon weißt und was du eben noch nicht weißt und dementsprechend dann auch das ganze noch mal verstärkt die angucken beziehungsweise erklär es auch noch mal ganz kurz so dass es dann eigentlich schon fast klar sein sollte beziehungsweise noch eben spezielle videos auf meinem kanal dazu sind zunächst einmal wenn du mehrendige adjektive noch nicht kennengelernt hast kurze einleitung dazu mehrendige adjektive sind adjektive die eben nicht normal dekliniert werden die werden nicht regelmäßig dekliniert wie die usa um adjektive man hat aber verschiedene arten von den mehrendigen adjektiven und zwar man hat einmal die einendigen adjektive das ist beispielsweise felix 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 ihr habt bestimmt das adjektiv felix schon mal gesehen und hier sehen wir in der nominativ singular form hat man eben im maskulinum femininum und neutrum die gleiche endung das bedeutet auch danach hat man so gut wie nur die gleichen endungen man muss halt hier nur darauf aufpassen dass der bisschen auch schon oft gehört im neutrum ist eben der akkusativ und der nominativ immer gleich somit gibt es eben da eine abweichung aber ansonsten ist eben diese einendige adjektiv auch wirklich darauf basiert dass es fast überall die gleichen endungen hat sieht man ja auch wie gesagt im nominativ singular felix 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 nur die gleiche endung dann gibt es aber natürlich auch noch zwei in die adjektive hier nehmen wir jetzt mal als beispiel utilis utilis utile und wir sehen auch hier wieder im nominativ singular für maskulinum femininum neutrum gibt es zwei verschiedene endungen dabei ist der maskulinum und femininum gleich also utiles und utile ist neutrum dann eine andere form hier muss man auch wieder darauf achten natürlich nominativ und akkusativ sind im neutrum gleich darauf muss man auch beachten ansonsten hat man hier ansonsten auch die gleichen endungen also auch wie gesagt keine große abweichung das liegt aber auch an der deklination also welche deklination verwendet wird aber wir gehen am ganz am ende des videos noch mal darauf ein für welche adjektive man welche deklination braucht und zum schluss noch die drei enden adjektive jetzt kann man natürlich sagen usa um adjektive haben auch drei endungen aber hier geht es eigentlich darum welche deklination nachher verwendet wird und deswegen zählt auch zu den mehr enden adjektiven zu drei enden adjektiven wäre jetzt mal ein beispiel aka akris akre also man sieht drei endungen für den nominativ singular im maskulinum femininum und neutrum und danach ist es eigentlich auch relativ gleich also es kommt wie gesagt immer alles auf die deklination an und wenn es eben nach der konsonantischen wie wir gleich noch sehen werden ist dann ist es eigentlich immer relativ ähnlich vor allen dingen in den genitiv form ändert sich dann eigentlich nicht wirklich viel zwischen den einzelnen geni sondern kommen wir noch natürlich auch noch mal zur übersichtshalber zu den adjektiven usa um und das sind die sogenannten regelmäßigen adjektive die typischen endungen für die usa um wie es der name schon sagt ist einmal us für maskulinum a für femininum und um für neutrum natürlich im nominativ singular der größte teil adjektive gehören eigentlich zu dieser adjektiv gruppe also wenn man durch lateinische texte vor allem am anfang seines lateinunterrichts geht hat man eigentlich so gut wie nur eben diese regelmäßigen adjektive jemand beispiel jetzt für ein regelmäßiges adjektiv wäre bonus a um also bonus bonar bonum das ganze sehen wir natürlich auch dass es zu usa um gehört da eben die endung us für maskulinum bei bonus ist die endung a für femininum bei bonar ist und bonum natürlich um die neutrum endung hat auch hier sehen wir eben es verfügt über drei endungen im nominativ singular nämlich bonus bonar bonum aber es wird eben nicht nach der konsonantischen deklination dekliniert und genau da hat man eben diesen unterschied zu den dreieinigen adjektiven den ich gerade eben schon angerissen habe und um das ganze noch mal jetzt eine übersicht zu bringen welche deklination brauche ich jetzt um adjektive deklinieren zu können was natürlich auch sehr wichtig ist für eine kng kongruenz natürlich die o deklination maskulinum für usa um adjektive die o deklination neutrum auch eben für die usa um die adjektive also für die regelmäßigen adjektive da man eben dadurch immer die neutrum form bildet und dann natürlich noch für die femininen form brauchen wir die a deklination also die weibliche form und da eben auch für die regelmäßigen adjektive und dann noch zum schluss brauchen wir die konsonantische deklination für alle mehrendigen adjektive also die wir gerade eben auch schon uns angeguckt haben die einendigen die zweiendigen und die dreiendigen adjektive die werden eben alle durch die konsonantische deklination dekliniert das sieht man auch meist an den grundformen da die grundformen dann nicht auf usa umenden sondern beispielsweise auf ist bei a christ beispielsweise ist dann eher so ein zeichen dafür wenn sie nominativ singular a christ also is die endung ist dann hat man schon häufiger mal die konsonant deklination klar gibt es auch noch er adjektive die zählt man aber auch zu den regelmäßigen dort ist es dann eben nur dass es diesen er stamm gibt aber die gehören eigentlich auch zu den regelmäßigen deswegen habe ich das jetzt nicht noch mal extra erwähnt das kommt auch eher selten vor hier wie gesagt er den fokus auf den regelmäßigen usa um adjektiven und auf den unregelmäßigen beziehungsweise den etwas spezielleren mehr endigen adjektiven mit der konsonantischen deklination falls ich dir mit diesem übersichtsvideo helfen konnte und natürlich auch dem ersten teil der neuen reihe latein für fortgeschrittene lasst doch gern abo und like da ansonsten guckt auch gern noch bei meiner website in der beschreibung vorbei und dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video von der reihe hoffentlich wieder ansonsten natürlich auch noch bei anderen videos auf meinem kanal gerne wieder und dann würde ich sagen haut rein und ciao ciao